Servus Leute und schon wieder ein neues Video und heute Handicap Runde mit meinen neuen Schlägern. Beim letzten Mal habe ich ja zum ersten Mal überhaupt mit den neuen Eisen und Hölzern gespielt und jetzt gibt es eine Handicap Runde und dazu sind wir hier im Golfclub Domäne Niederreuthien, das ist in Baden-Württemberg am Rande des Schwarzwalds. Das soll ein richtig geiler Club sein und da habe ich glaube ich vor einem Jahr schon mit dem Marius gespielt, also auch Handicap Runde, das kennt ihr vielleicht das Video. Also das heißt jetzt aber mit neuen Schlägern, ich war gerade auf der Range, fühlt sich richtig geil an mit den neuen Eisen, also ich hoffe ich kriege das gut hin. Natürlich kenne ich den Platz nicht so gut, also ich habe ihn bisher wie gesagt erst einmal gespielt, aber wir schauen was bei rauskommt, auf jeden Fall zählt es jetzt, also viel Spaß und los geht's. Gut, also gleich paar vier Dogleg, da hinten ist die Fahne, das heißt es macht so einen Knick und die Bunkerende sind 2,05. Ich nehme jetzt trotzdem einen Hybrid und ich glaube da kann man auch theoretisch abkürzen, ein bisschen. Ich glaube da ziehe ich sogar auch hin, ich kürze ab. Der könnte sogar richtig gut sein. Da landet er auf jeden Fall, ich weiß nicht ob er im Fairway ist, aber war echt gut, glaube ich. Ja, da wollte ich hin. Also der Abschlag war von der Richtung echt top, er hat es nicht ganz bis zum Fairway geschafft, liegt aber ganz okay, 98 Meter Fahne vorne gesteckt, das heißt ich habe hinten ein bisschen Platz. Ich nehme einen 50 Grad wertschätzt. Komm runter, ich weiß nicht wie lange er ist. Oh, genau die Länge gehabt. Birdie Putt direkt, come on. Geht recht gerade, es fällt ein bisschen hier runter. Nee, eher gerade. Auf geht's, erster Putt des Tages. Okay, nein. Also Pärchen gestartet, ist doch schon mal super, war halt die Annäherung auch geil. Jetzt haben wir auch wieder ein paar vier, rechts sieht man vielleicht sind viele Bunker, 1, 2, 3, alle in der Landezone irgendwie von einem Driver. Anfang der erste ist bei 200 Metern, deswegen kein Driver zu risikoreich. Nehmen wieder den Hybrid, probieren links ins Fairway zu spielen und von da wären es dann noch so vielleicht 130 Meter ins Grün. Und das passt, da will ich nicht das Risiko vom Driver gehen und am Ende in den tiefen Bunkern liegen. Bisschen spitze, deswegen noch kurz, aber ja, am Ende liege ich natürlich gut da, ne? Nimmt man mit auf so eine Runde. Also am Ende liege ich natürlich hier wunderbar, eigentlich geradeaus die Fahne, links vorne die Bunker, aber da die Fahne auch hinten gesteckt ist, sind 136 Meter, bisschen bergauf, ich nehme 9er Eisen, auch um die Bunker da zu umgehen. Geh noch. Ist drauf, ne? Ja. Sauber, passt. Also das Ergebnis jetzt natürlich überragend, ne? Übers ganze lange Grün Pin High gerollt. Und der Birdie Putt ist auch wirklich, ist recht gerade. Ja, vielleicht leicht linke Lochkante. Boah. Bitter. Aber gut, Pärchen. Ja, weil wir relativ lange warten mussten, habe ich natürlich vergessen, den Aufnahmeknopf zu drücken. Ähm, hier ist ein sehr langes Paar 3, 180, äh, 174 Meter. Ich habe erstmal eine 5 genommen locker, die ist rechts weg, es leist. Wahrscheinlich wie seiner gerade. Äh, wo ich nicht weiß, ob ich sie finde, danach eine 6 gehauen, die aber auch rechts weg ist. Also, ich muss jetzt da vorne suchen, wenn ich Pech habe, Loch aufheben. Das wäre bitter, aber die waren beide nicht so dolle. Also, meinen zweiten habe ich gefunden. Erste ist zu weit rechts raus, verdammt. Gut, also schon der vierte. Ich nehme 60 Grad hier. Oder geht es bergab, das heißt, der muss ja auch anhalten dann. Gehe noch. Starker Ball. Mist. So, der fünfte schon, oder? 1, 2, 3, 4, ja, fünfte. Geht wieder recht gerade. Boah. Habe ich vielleicht noch ein Pünktchen gerettet. Gut, also paar 5 Doglack, aber kein Driver, weil der Knick ist genauso bei 200 Meter. Also nehme ich mal den Hybrid, der wahrscheinlich schon ein bisschen gewagt ist fast. Wenn da die Linie stimmt, liege ich aber gut. Oh Gott. Ich erinnere mich, ich habe hier beim letzten Mal genau gleich schlecht abgeschlagen. Wirklich, auf der Range machst du da locker, pam, pam, pam. Habe es sogar fast bis zum Fairway geschafft, fast. Ja, jetzt muss ich halt, jetzt muss ich mit der 7 da irgendwie da drüber ein bisschen den Knick umspielen. Passt, ja. Der war gut. Also hier liege ich ja natürlich in einer guten Position, habe aber noch 174 Meter. Das war ungefähr die Distanz eben von dem Paar 3, was ich nicht aufgenommen habe. Aber ich nehme wieder eine 6, weil dahinter, was dahinter ist, weiß ich nicht so richtig und vorne kann ich das einsehen. Der war gut, oder? Ja, ist 10 Meter kurz, 5 bis 10 Meter kurz, aber hey, sauberer Schlag, passt. Was mache ich jetzt? Ich habe hier einmal einen 46 Grad dabei, um ihn quasi hinrollen zu lassen. Oder putten, aber hier ist schon noch, es ginge, meine Linie hier ist frei, ein putten. Und wie wäre es mit dem? Ginge auch. Ich mache es jetzt mit dem, komm. Zu viel, oder? Stopp, stopp, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Junge! Also super froh, dass ich hier ein Paar rette, aber das wäre natürlich so geil gewesen. Also relativ langes Paar 4, oder lang deshalb, wenn du den Driver jetzt nicht nimmst, dann hast du echt noch 160, 70, 80 Meter. Plus es ist gerade noch ordentlich Gegenwind. Also Driver ungefähr rechts an diesem Baum vorbei, dahinter ist ein Bunker auf 214. Es ist schon schmal, Fairway, also du kannst auch so zwischen Baum und die anderen Bäume. Wichtig ist, das Ding jetzt auch unterzubringen. Fast ein bisschen links, bitte nicht in den Bunker. Entweder voll im Bunker, Spiegelei, oder darüber hinweg. Also bin leider doch im Bunker gelandet, relativ in der Mitte, schade. 155 Meter neben 7er Eisen, aber schwieriges Grün, rechts Bunker, links aus, hinten quasi auch aus, weil Wald. Deswegen 7er Eisen, auch nicht um zu lang zu sein. Come on, ich liege ja hier echt super eigentlich, also ich könnte einen guten Schlag machen. Ein bisschen fett, der reicht nicht. Ja, war zu fett. Aber gut, gerade, ne? Hauptsache. Also, noch 44 Meter und nicht so easy. Ich weiß gerade, ich muss mal überlegen, was ich jetzt hier eigentlich am klügsten mache. Ich glaube, dass ich ihn doch relativ flach spiele, also mit dem höheren Schläger und ihn dann den Berg quasi rauflaufen lasse. Vielleicht. Ja, so. Also ich nehme 50 Grad, dass ich schon ein bisschen Höhe kriege, dass er Anfang grün aufkommt und dann den Berg hochläuft. Das ist mal so die Idee. Fett hinten rein, ey. Fett hinter dem Ball. Mann! So, was machen wir jetzt da? Eigentlich haben wir eben mit dem 46 Grad uns ja auch gut angenähert. Bin aber schon fast auf dem Grün. Was ist da das Klügste jetzt? Eigentlich schein ich tendenziell putten. Muss ich schon mit Schmack, es geht ordentlich bergauf. Schon eigentlich, jawohl. Also, den nehme ich, oder? Kannst du wirklich gar nicht viel falsch machen. Das ist Kerzen gerade einfach rein. Komm, wichtig werdet. Auf geht's. Jawohl. Immerhin gesaved. Sauber. Gut, also, noch sechs. Driver raus. Geradeaus. Mehr gibt es ja nicht zu sagen. Stark. Ja, der war gut, he? Er hat ja die Stromtrasse berührt, ne, oder? Sah nur so aus. Der passt. Wunderbar. Schön gerade. Also, der Drive war natürlich richtig geil. 240 Meter. Mega. 110, 112 zur Fahne. Mit Gegenwind. Nehme ich jetzt 50 Grad. Das entspricht da, glaube ich, ungefähr einem Gap-Vatch. Wenn Pitching-Vatch bin, kann ich halt dann... Ne, 46 kann ich zu lang sein. Weiß ich jetzt nicht. Weiß ich jetzt nicht. Da kenne ich meine neuen Zahlen noch zu schlecht. Ich nehme einen länger. Nehm den 46 Grad. 112 Meter. Come on. Schaut ganz gut aus. Er war ein bisschen an der Spitze getroffen, aber... Boah, dann ist er doch zu kurz, ja. Hier der Treffpunkt. Nicht in der Mitte. Jetzt ist es nicht easy, ne? Weil viel Fringe und ein bisschen grün. Nehmen 50 Grad. Ja, Lucky Bounce, ne? Lucky Bounce nimmt die Fahne. Nehmen wir mit. Kleiner Meter ist es schon noch. Also es geht ein bisschen bergab. Einen Tick nach rechts. Das heißt, wenn ich eigentlich ein Loch links spiele, dann müsst ihr doch reinlaufen, oder? Boah. Jetzt, Mann. So, Part 3. Über die Schlucht, in Anführungszeichen. Rechts und links Bunker. Die Fahne super schwierig gesteckt. 125 Meter entfernt. Genau hinter dem Bunker im schmalen Teil. Das werde ich nicht ganz anvisieren. Also ich werde in die Mitte spielen. Das Ding ist, da ist genau eine Welle in dem Grün, ne? Das heißt, wenn du Mitte anspielst, würdest du in die entfernte Sache rollen. Aber trotzdem. Ich habe jetzt für die 125 einen Pitching-Wedge, aber wir haben schon Gegenwind. Ordentlich. Soll ich einen 9 nehmen? Mit den 9 Schlägern. Ich weiß die Weiten noch nicht so. Ich werde auf keinen Fall da kurz im Bunker. Dann hast du natürlich verloren. Nehmen wir einen 9. Lieber die 9 locker. Wie ist der, wie ist der, wie ist der? Trott ein bisschen, bleibt oben auf der... Ja, hey, perfekt. Wunderbar. Das war natürlich ein Premium-Abschlag. Der war echt richtig, richtig gut. So, jetzt geht es ein bisschen bergab. Jetzt müssen wir uns schon konzentrieren. Es geht ein bisschen bergab. Vielleicht ein Tick rechts nach links. Also ich spiele so ein, zwei Löcher rechts an. Come on, jetzt ein wichtiger, ein guter Pad jetzt. Viel zu lasch, viel zu lasch. Wie kann man so schlecht padden? Katastrophe, wirklich. Geradeaus das Ding jetzt. Mensch, Junge, komm. Richtig, wichtig. Also wunderschön, breites Färber hier auf dem Par 5. Wenn man den Drive richtig gut trifft, kann man danach sogar aufs Grün spielen, weil es dann wieder runter geht. Das erinnere ich mich vom letzten Mal. Allerdings rechts natürlich ein dicker Bunker in der Landezone, wenn er da drin liegt, scheiße, weil der geht richtig steil hoch. Links muss man auch aufpassen. Nicht, dass noch zu weit ist, dann ist man nämlich im Gebüsch. Das heißt, wir peilen jetzt wirklich Mitte Färber an, leicht links vom Bunker und einen sauberen Drive. Das ist das Problem. Stopp. Boah. Bleib, bleib, bleib. Da lag ich nämlich das letzte Mal im Wald. Den habe ich halt heftig verzogen, weil ich wieder Vollgas geben wollte. Das ist so dämlich. Diese 5 Meter, die das bringt, verstehst du? Wir haben Rohbeschwung. Ja, volle Pulle. Und davor sage ich mir, mach ruhig und dann machst du Vollgasse. Gut, also hat hier noch gut gestoppt, wunderbar. Es sind noch 220 bis zum Grün. Das Grün ist so quasi über diesen Bäumen dahinter. Da vorne ist ein Bunker, danach geht es runter in eine Kuhle und dann kommt das Grün. Das mache ich jetzt nicht mit dem Hybrid. Ich nehme jetzt eine 5, um einfach über den Bunker zu kommen. Links ein bisschen abkürzen ist jetzt der Plan, schon über die Bäume. Und dann bleibt er da zwischen Bunker und Grün im Optimalfall irgendwo liegen. Eine lockere 5, die sollte reichen. Oh, es leise ich weg. Es leise ich komplett weg. Ganz schlecht. Aber gut, ich kann da spielen. Aber kein guter Schlag. Also liegt wunderbar auf dem Färbe. Übrigens hier die Färbequalität und generell die Platzqualität richtig, richtig gut. Das ist der Beste, den ich bisher gespielt habe um die Jahreszeit Ende April. Nicht so matschig und alles. Aber gut, 60 Meter zur Fahne und die ist natürlich sehr kurz. Und der Bunker davor. Das heißt, ich habe einen 60 Grad, muss den hoch in die Luft bringen. Links. Und weit. Ah ne, länger hätte voll gepasst. Aber hey, bin ich zufrieden. Passt, zwei Platz kann ich machen. Komm. Also ist schon noch ein Stück. Es hängt leicht von oben runter. Zwei Löcher rechts. Da hin. Äh, links. Ich lasse die echt viel zu langsam, die Dinger. Aber wichtig. Wichtig, wichtig, wichtig. Auch wieder ein paar. Hey, die grünen sind echt, also die Qualität, ne? Richtig gut. So, die neuen schon. Tricky paar, äh, tricky Loch. Das ist, glaube ich, ein paar vier, ja? Das macht einen 90 Grad Knick da unten. Geht da hoch. Beim letzten Mal habe ich gedacht, da überschätze ich mich total. Wo mache ich hier Tigerline mit dem Driver? Ginge theoretisch, aber dann habe ich einen Ball natürlich nicht gefunden. So, bis da unten sind es, bis Ende Bunker sind es 230, Mitte ungefähr 200. Bin jetzt zwischen dem Hybrid und dann doch der 5. Mit der 5, wenn ich sie treffe, vielleicht bin ich einen Tick kurz, aber da es einen 90 Grad Winkel macht, macht es, glaube ich, nicht so viel aus. Das Einzige ist, stören mich da Bäume. Aber das müsste passen. 5 da unten hinbringen. Bisschen spitze, aber... Ja, da liegt er, genau da, wo ich ihn haben will. Also wunderbar, liege ich hier mal wieder auf diesem schönen Fairway. 172 bis zur Fahne, bergauf. Ich nehme nochmal eine 5. Nochmal eine lockere 5 aufs Grün. Nein, ich ziehe dann zu weit weg. Bin im Bunker, ne? Na, länger. Oh, ich bin lang. Hoffentlich finde ich den da, aber sollte ich. Da war ich doch gut lang. Liege hier aber noch. Ein bisschen tief im Rough. Kurze Fahne. Boah, ich habe einen Lobbett in der Hand. Muss ich auch wieder irgendwie hoch rausbringen. Anfang Grün da liegen lassen. Nicht so einfache Position hier. Ja, ja, ja. Den nehme ich sofort, den nehme ich sofort. Nehme ich aus der Lage. Wichtig. So, hier das Paar noch saven, das wäre natürlich nice. Das geht wirklich kerzengerader, das Ding. Ich muss es nur mal mit der richtigen Geschwindigkeit jetzt hinbekommen. Aber ich habe ihn schon hier gedrückt. Ja, es ist einfach dünn. Das war nicht der Boden, das war ich. Schon so gestartet. Ersten neuen Loch vorbei von meiner Handicap-Runde hier. Die erste Handicap-Runde mit meinen neuen Schlägern. Und sie fühlen sich schon geil an. Manchmal geht zwar einer rechts, links raus, aber das liegt halt leider dann an der Technik. Und wenn ich die Dinger treffe, war es richtig, richtig geil. Auch die Drives waren eigentlich in Ordnung, die größte Zeit. Ich habe jetzt 22 Punkte schon. Das ist echt gut. Ich bin gut unterwegs und auch nur plus vier. Also, wenn ich jetzt noch ein paar Birdie-Parts machen würde, irgendwie war es noch ein bisschen besser. Patte, ist echt noch was drin, aber super zufrieden. Jetzt kommen die zweiten Neun und auf den zweiten Neun kommt der Tiger. Da kommt der Tiger, der dann auch mal richtig Gas gibt und die gibt es im nächsten Video. Also, bis dahin. Wenn euch gefällt, was ihr seht, dann gerne ein Abo dalassen und kommentieren. Ich antworte auf jeden Kommentar und freue mich einfach, wenn ihr eure Unterstützung über ein Abo zeigt. Das zeigt mir, dass sich die Mühen lohnen, hier diese Videos zu schneiden. Also, bis zum nächsten Video, zweite Neun, haut rein.